Hallo, sind Sie bereit, eine Innovation zu entdecken, die die Zukunft der Verteidigungstechnologien gestaltet? Heute werden wir das revolutionäre und demannte Seegebietssystem ULAG SIDA untersuchen, das die maritime Stärke der Türkei stärkt. Mit seinen autonomen Fähigkeiten, hoher Manöbrierfähigkeit und leistungsstarken Waffensystemen könnte ULAG das strategische Gleichgewicht auf den Meeren verändern. In diesem Video werden wir die Eigenschaften von ULAG, seine Einsatzmöglichkeiten und sein Potenzial im Verteidigungsbereich detailliert betrachten. Wenn Sie sich für Verteidigungstechnologien interessieren und mehr solche Inhalte sehen möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu leaken. ULAG ist ein unbemanntes Seegebietssystem, das die Marinefähigkeiten der Türkei erheblich verbessert und einen Meilenstein in der türkischen Verteidigungsindustrie darstellt. Als lokal entwickeltes und nationales System hat ULAG das Potenzial, sowohl die technologische als auch die strategische Landschaft zu verändern. Während die Türkei die ersten Schritte in der Entwicklung von unbemannten Siebplattformen unternahm, hat ULAG als eines der ersten Systeme dieser Art nicht nur technologisch, sondern auch strategisch einen wichtigen Sprung nach vorn gemacht. ULAG wurde sowohl für militärische als auch für zivile maritime Operationen entwickelt und ist ein hochleistungsfähiges System mit autonomen Betriebsfähigkeiten. Die türkische Verteidigungsindustrie hat mit der Entwicklung von unbemannten Siebplattformen einen bedeutenden Schritt in der technologischen Weiterentwicklung gemacht. Früher waren unbemannte Siebplattformen nur von wenigen Ländern zugänglich, doch mit der Entwicklung von ULAG hat die Türkei einen bedeutenden Schritt in Richtung Eigenständigkeit und technologischem Fortschritt gemacht. ULAG ist eine autonome Plattform, die sowohl in der militärischen als auch in der zivilen Schifffahrt eingesetzt werden kann. Die technischen Eigenschaften von ULAG wurden so optimiert, dass sie für verschiedene Aufgaben auf dem Wasser geeignet ist. Mit einer Länge von über 12 Metern und einer Breite von 3,5 Metern hat das System eine hohe Manövrierfähigkeit und eine effiziente Raumnutzung. Diese Dimensionen ermöglichen es ULAG, schnell zu navigieren und vielseitig zu arbeiten. Der Fahrzeugkörper ist so konzipiert, dass er hohe Geschwindigkeiten erreicht und in verschiedenen Einsatzbereichen effektiv agiert. ULAG kann eine Vielzahl von Waffensystemen und Sensoren tragen, die es ihm ermöglichen, sowohl militärische als auch zivile Missionen erfolgreich durchzuführen. Das System ist mit modernen Sensoren ausgestattet, einschließlich ISA-Radaren und elektrooptischen Infrared-WU-IR-Kamerasystemen, die es ermöglichen, potenzielle Bedrohungen auf der Wasseroberfläche zu erkennen. Mit dieser Ausstattung kann ULAG nicht nur bestimmte Gebiete überwachen, sondern auch Ziele identifizieren und verfolgen, um sie bei Bedarf zu neutralisieren. Diese Fähigkeiten machen ULAG zu einem leistungsfähigen Überwachungs- und Angriffssystem. Die Motorisierung von ULAG ist ein weiteres bedeutendes Merkmal. Mit einem Hybridantrieb, der sowohl elektrische als auch Verbrennungsmotoren umfasst, kann das Fahrzeug eine hohe Effizienz und Flexibilität bei der Energieversorgung erreichen. Elektrische Motoren ermöglichen einen leisen Betrieb und eine umweltfreundlichere Nutzung, während der Verbrennungsmotor es ULAG ermöglicht, höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 65 km pro Stunde ist ULAG in der Lage, auf dem Wasserrasch zu operieren und seine Aufgaben schnell zu erledigen. Die hohe Manövrierfähigkeit des Systems ermöglicht es, auch in engen Gewässern und bei schwierigen Wetterbedingungen effektiv zu operieren. Ein weiteres herausragendes Merkmal von ULAG ist seine Fähigkeit, autonom zu arbeiten. Die fortschrittlichen KI-gestützten Algorithmen ermöglichen es dem System, selbstständig Ziele zu erkennen, zu verfolgen und zu klassifizieren. Bei Bedarf kann das System auch auf Bedrohungen reagieren und Maßnahmen ergreifen. Diese autonome Arbeitsweise unterscheidet ULAG von herkömmlichen bemannten Schiffsplattformen und bietet zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist ULAG in der Lage, dynamische Entscheidungen zu treffen, die auf den sich ständig ändernden Bedingungen auf dem Wasser basieren. Das minimiert menschliche Fehler und erhöht die Effizienz der Missionen. ULAG ist nicht nur als Angriffsplattform konzipiert, sondern auch als ein hochentwickeltes Überwachungs- und Aufklärungssystem. Mit hochauflösenden Sensoren kann ULAG Ziele auf der Wasseroberfläche und darunter erkennen. Es kann langfristige Überwachungsmissionen durchführen und ist in der Lage, sowohl unter Wasser- als auch Oberflächenziele zu beobachten. Diese Fähigkeiten machen ULAG zu einem unverzichtbaren Instrument für die Sammlung von Aufklärungs- und Geheimdienstinformationen. Darüber hinaus kann ULAG auch Veränderungen in der Meeresumwelt überwachen und darauf basierend Berichte erstellen. In der Verteidigung ist ULAG in der Lage, eine Vielzahl von Waffensystemen zu integrieren, darunter Antischiffraketen, Torpedos und andere lokale Waffensysteme. Diese Integration macht ULAG zu einer effektiven Waffe, die feindliche Ziele auf der Wasseroberfläche angreifen kann. Mit aktiven Schutzsystemen und fortschrittlichen Verteidigungsmechanismen ausgestattet, kann ULAG auf Bedrohungen reagieren und sich vor Angriffen schützen. Diese Systeme bieten Schutz gegen feindliche Raketen und andere Bedrohungen, was ULAG zu einem effektiven Kampfmittel auf sie macht. ULAG ist auch für logistische Aufgaben geeignet. In Kriegsgebieten oder entlang der Küste kann es genutzt werden, um Güter zu transportieren. Seine Fähigkeit, auch in Gebiete vorzubringen, die für traditionelle Fahrzeuge schwer zugänglich sind, gibt ihm einen strategischen Vorteil. Mit seiner autonomen Technologie kann ULAG auch in langwierigen und herausfordernden logistischen Operationen eine hohe Effizienz erreichen. Darüber hinaus könnte das System für den Transport von Munition oder sogar für den Transport von Personal verwendet werden. Eine der größten strategischen Vorteile von ULAG ist seine Fähigkeit, Verluste bei maritimen Einsätzen zu minimieren. Während herkömmliche Schiffe und maritime Plattformen mit erheblichen Risiken verbunden sind, kann ULAG als unbemanntes System viele dieser Risiken eliminieren. In gefährlichen und hochriskanten Gebieten, in denen Menschenleben gefährdet wären, kann ULAG effektiv eingesetzt werden, ohne dass es zu Verlusten bei der Besatzung kommt. Diese Fähigkeit, ohne Gefahr für das Leben von Militärpersonal zu arbeiten, macht ULAG zu einer wertvollen Ressource für die nationale Sicherheit. Die Weiterentwicklung und Verbesserung von ULAG wird der türkischen Verteidigungsindustrie helfen, ihre Unabhängigkeit von ausländischen Technologien zu verringern und ihre Position auf dem globalen Markt zu stärken. ULAG könnte in Zukunft auch auf internationalen Märkten angeboten werden, was sowohl für die Türkei als auch für ihre Partnerländer einen erheblichen strategischen Vorteil verschafft. Mit fortlaufenden Innovationen und der Integration neuer Technologien könnte ULAG zu einer der führenden Plattformen im Bereich der unbemannten maritimen Systeme weltweit werden. ULAG ist somit nicht nur ein militärisches Gerät, sondern auch ein technologischer Durchbruch im Bereich der maritimen Sicherheit. Die Weiterentwicklung dieses Systems könnte die Art und Weise, wie maritime Kriege und Einsätze geführt werden, grundlegend verändern. ULAG ist ein Paradebeispiel für den Erfolg der türkischen Verteidigungsindustrie und könnte in Zukunft die Zukunft der maritimen Sicherheit weltweit prägen. Und hier haben wir die Macht von ULAG Sida auf den Meeren und sein Potenzial im Verteidigungsbereich entdeckt. Dieses unbemannte Seegebietssystem, ein wichtiger Schritt in der türkischen Verteidigungsindustrie, scheint die zukünftigen maritimen Operationen zu prägen. Die innovativen Technologien, die ULAG bietet, werden die maritime Sicherheit stärker machen als je zuvor. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und hoffen, Sie im nächsten Video wiederzusehen. WPWotto www.hatsby.net